Täglich empfängt Ihr Betrieb businessrelevante Papiere. Per Hand müssen diese sortiert, abgelegt und verwaltet werden. Ein zeit- und arbeitsaufwendiger Prozess, bei dem es zum Verlust wichtiger Papiere kommen kann. Bis zu Scanner macht diesen Aufwand überflüssig. Scannen und archivieren Sie Dokumente direkt in SAP und sparen Sie Kosten und Zeit. Zentral, komfortabel und in nur einem Arbeitsschritt. Direkt mit dem Scan-Vorgang wird jedes Dokument einem SAP Business Objekt zugeordnet. So nutzen Sie SAP zur Archivierung und stellen sicher, dass keine Informationen verloren gehen. Sämtliche Dokumente werden strukturiert und revisionssicher abgelegt. Dank zentraler Ablage ist der Zugriff auf prozessrelevante Dokumente auch von anderen Rechnern aus schnell und bequem möglich. In SAP definierte Sichtbarkeiten werden dabei jedem Dokument automatisch zugewiesen. So garantieren Sie die Berücksichtigung der Berechtigung im gesamten Prozess und somit höchstmögliche Sicherheit von Anfang an.